Und Sie? Ich hätte gerne kariertes Linienpapier. Was wollen Sie? Kariertes Linienpapier? Also passen Sie mal auf, wir haben kariertes Papier und wir haben auch Linienpapier. Aber kariertes Linienpapier, das gibt es überhaupt nicht. So, das gibt es gar nicht. Nee, das gibt es gar nicht. So, na, danke. Wiedersehen. Na, haben Sie das gehört, was Ihr Genosse hier verlangt hat? Tja, wir haben es auch nicht einfach. Wir müssen auch nehmen, wer kommt. Ja, was möchten Sie denn? Ich hätte gerne einen Globus von Dresden.